In der Küche im Baden-Bägerhof geht es immer ganz schön heiß hier an. Wir werden unsere kulinarischen Köstlichkeiten mit viel Liebe zubereiten und unser Portfolio ist im kulinarischen Bereich sehr umfangreich und unsere Küchencrew unter der Leitung von Sebastian Naringbauer ist eigentlich zu jeder Schandtag bereit. Immer kreativ auf der Suche nach neuen Zubereitungs- und Garnmethoden innovativ und extrem hundeneränzend. Hier wird nicht nur heiß gekocht, hier wird auch sehr heiß gegessen.